Es ist wieder Terra. Mhm. Das ist nicht schlecht. Die fährt grad ganz gut. Aber ich geh wieder am Anfang mal auf Re... Das war grad nicht die schlechteste Idee. Und ist bei den Map, wo wir verteilte Basen haben. Kann das ganz gut sein. Fuck. Fuck, 669. Das ist gut. SCB, bereit! Huh? SCB, bereit! Not enough minerals. Not enough minerals. SCB, bereit! Ah! Sie erschreckt mich! Hä? Ach so. Ja klar. Man kann keine Kaserne bauen, wenn man noch kein Versorgungsdepot hat. Korrekt. Aber die Marines müssen ja auch was essen. Mhm, ist richtig. SCB, bereit! Was? Die Geist! Hmhm! Die Geist! Die Geist! Nicht genug Minerals, nicht genug Minerals, nicht genug Minerals, ja, sehe ich ähnlich. Der SCV ist fertig. Der SUV. Okay, also wie sieht's aus, wenn wir vier Marines haben? Beziehungsweise... Ja, können wir gleich vorruf. Ja, dann... Ich habe gleich sogar vier Marines. Wo ist er? Und zwar, äh, jetzt? Ja. Ja, der Tobi ist schon los, glaube ich. Ja, ich bin aber nur, damit ich halt irgendwo bin. Okay, wo bist du dann hin? Dann klopf ich einfach von hinten an. Ja, schlag mir das vor. Ja, dann geht vorne rein und ist vorne. Okay. Und ich hüpfe dann von der Seite rein. Mhm. Jetzt habe ich vier Stück. Gut. Oh, keiner da. Ja, geil! Ah doch, die Maradeure, die kommen grad, die dachten, es kommen Rächer. Achtung! Hm... Ja, die kommen wieder zurück. Auf die Kaserne, auf die Kaserne dann. Oh, die haben einen rechten Drucker gehört. Jo, und jetzt die Kaserne zerstört. Ja. Okay, der Zerk hat noch gar nichts. Outstanding! Okay, die Maradeure sind tot. Ja, das ist ja alles okay. Und vom Zerk ist die Königin tot? Hat der, ähm, Dings vielleicht in Arbeit? Was denn? Mutas. Noob Allies, yeah! Cool! Attacke 3, and no one killed. Okay, I feel ya. Well, Butterman, armed and ready. Dem fehlt's, ja. Okay, der Zerk. Oh, der Zerk hat jetzt Speedwinge gebufft. Okay, sammeln wir uns wieder nochmal, bevor wir nochmal rein gehen. Mhm. Das sind ja Dota-eske, ähm, Auswüchse, die ich hier sehe. Ja, das ist... Mi, 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 noob, noob ally, et cetera. Ja. Ach, da ist der Tarana, okay. Der Vai. Oh jah. ... Go, go, go! Go, 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 go! ... ... ... ... ... ... ich würde jetzt exen, falls wir nicht durch die Welt draus hauen wir können das jetzt hier mal verenden na fuck oh wobei ist das das mit dem exen ist trotzdem eine gute Idee, sollte man im Hinterkopf behalten ne klappt das nicht der Angriff, oder ist der eine? oh doch nicht genug nicht genug scheiße, der verschwindet mit seinem Hauptgebäude so, ich habe jetzt infernales Zündsystem das ist aber auch ne Sau ja, ich vereine mal wieder meine Truppen ja, beim Zack jetzt einfach mal hier hoch es fliegt hier die jetzt, äh da ist die also ja da ist die der hat, äh das ist der, der so geflamed hat und der ist jetzt raus und die anderen übernehmen das halt also die anderen helfen da quasi endlich mal was sie vorher halt nicht gemacht haben, weil sie so nubig sind oder zack geht auf die fans echt hat der andere der hat noch keine Panzer in der Verteidigung das ist eigentlich die Zeit anzugreifen die 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 Was? Mhm. Wir sind da hier, hat er seine Basis bei mir hingestellt. Geh doch drauf mit deinen Marines, was machst du? Auf seine Basis, das letzte was noch fehlt. Ich habe aus Versehen F2. Im besten Fall hat er nichts anderes mehr. Ich werde euch tuern. Kann der einfach kein Französischer können? Wir es nicht. Weil ich verstehe nicht was er mir sagen möchte. Gut. Also liegt es nicht an uns. Hat der Panzer in der Verteidigung oder gar keine Verteidigung? Hä? Wo haben die denn? Ah!